Ich kam hierher auf der Flucht vor der Vergangenheit, für ein neues Leben. Ich verstecke mich nicht mehr. Ich will diesen Krieg nicht. Es gab genug Leid. Die Prophezeiung brachte uns nicht her. Sie gewinnt auch nicht die Schlacht. Kriege gewinnen die, die bereit sind, alles zu opfern. Wenn das der Preis der Rache ist, dann bitte. Odin hat uns allen schon so viel genommen. Die Welten haben gelitten. Es reicht, was es auch kostet. Das endet heute. Wenn ein glorreicher Abgang bedeutet, dass Odin ebenfalls brennt, dann wähle ich ihn. Mit einem sehr breiten Lächeln im Gesicht. Für Brock. Der Rache ist gewinnt. Der Rache ist gewinnt. Der Rache ist gewinnt. Amen. Macht euch bereit. Der Muspelheim-Turm ist gefallen. Und wenn Odin dann nach Nivelheim greift? Wir sperren Rackerrück aus. Wir müssen diese Kriegsmaschinen stoppen. Kein guter Anfang. Warte. Irgendwie, uns bleibt keine Zeit. Ich weiß. Warte. Ingrid! Und? An die Arbeit. Ihr drei, hinterher. Atreus. Freya, mir nach. Schützt die Flanken. Zu den Kriegsmaschinen. Wir lernen. Wir lernen. Vorrücken. Bewegung. Wir haben noch Zeit. Wir müssen... Nein! Aurebola! Ich wusste, dass du kommst. Bis später! Wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Was machen wir als nächstes? Wir haben keinen anderen Plan. Wir konzentrieren uns auf die Kriegsmaschinen. Wir sollten zur Schwachstelle hinter dem Asgard-Turm. Ohne Ragnarök ist das unsere einzige Chance, die Mauer zu verbrechen. Pintus Schwachstelle? Ich dachte nur Sutr weiß sie zu nutzen. Beten wir, dass ich falsch schlag. Gegner hinter dir, Kratos! Schön vorsichtig. Das ist wie Freust. Verhalt den Schwanz im Auge! Kau was! Hinter dir, Bruder! Böser Treffer! Wisst du in Ordnung, Kratos? Wisst du in Ordnung, Kratos? Die Kriegsmaschinen. Wir durchbrechen mit ihnen die Schwachstelle und greifen die Stadt mit unseren Verbündeten an. Klingt verzweifelt. Gut. Verzweiflung ist unser Vorteil. Mir wäre ein Wetten zerstörender Feuerriese lieber, aber ich nehme an, Verzweiflung ist besser als nichts. Ärger... Ato, hinter dir! Hinter dir, Krasus! Schön vorsichtig. Das ist viel freundlich. Hier lang! Hier hoch! Jörmengangel! Ein willkommener Anblick. Er ist uns aber nicht aus Midgard gefolgt. Eigenartig. Er sollte Thor beschäftigen. Konzentrier dich! Hinter dir! Vorsicht! Oh nein! Verdammt! Befähigung! Zumindest ist diese Armee schon tot. Wir kommen nicht weiter! Die Einheri ja kehren so schnell aus Valhalla zurück, wie wir sie töten! Das war's mit der Alfheim-Unterstützung! Als gehen die Armeen aus. Die großen Riesen haben es doch geschafft. Die Schlange wirkt anders. Er ist anders. Aber als ich weg war, äh... Egal. Später. Die Einheri ja Bindung an Valhalla. Ich muss sie mit meinen Schwestern trennen. Geh. Noch keine Spur von den Zwergen. Sindri lässt uns nicht hängen. Wir müssen ihm vertrauen. Versammle alle. Wir ziehen zum Svartalfe im Turm. Was ist der Plan? Ich drehe die Mauer ohne Ratnere. Wir Kriegsmaschinen. Oh! Dann sind wir wohl ziemlich verzweifelt. Den Schild zerstören! Bifrosmerizing! Bifrosmerizing! Schön Vorsicht! Das ist Bifros. Rechte Seite! Wartens. Bifrosmerizing! Bifrosmerizing! Reiter heilt ihn immer wieder! Was ist der Plan? Durchbrechen wir die Mauer ohne Ratnerin! Oh, dann sind wir wohl ziemlich verzweifelt! Kaufer! Schön vorsichtig! Das ist Bifreis! Bifreis! Reiter heilt ihn immer wieder! Wir nutzen einen Schildschlack! Hinter dir, Bruder! Links von dir! Drache! Achtung! Verdammt! Drache! Achtung! Verdammt! Oh! Da! Die Säule, auf der er steht, wird klabil! Oh, der ist ein Schildschlack! Ein Schildschlack! Oh! 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 Die Flaküre folgt ihnen durch den Weltenriss. Deine Freundin, sie... Sie schafft's schon. Wir müssen uns um wichtigere Dinge kümmern. Selbst wenn wir die Mauer durchbrechen. Vielleicht ist es besser so. Besser für wen? Die Zwerge sind hier. Gut gemacht, Sindri. Ah, ist nur Sindri. Ich weiß, bin spät dran. Wo ist deine Armee? Dafür werden keine Zwerge mehr sterben. Sindri! Lass es! Odin zwang sie, diese Kriegsmaschinen zu bauen. Und ich werde sie jetzt zerstören. Befugt. Oh! Ah! Das war's. Das war's. Wo ist deine Armee? Dafür werden keine Zwerge mehr sterben. Sind wir? Lass es! Odin zwang sie, diese Kriegsmaschinen zu bauen. Und ich werde sie jetzt zerstören. Bevor du sie zerstörst, müssen wir sie auf die Schwachstelle rechten. Klar. Sollen die Zwerge doch hinter den Riesen aufräumen. Schön vorsichtig. Das ist wie Fröst. Oder auch verdammt Zeit, dass er kommt. Was jetzt? Du wirst uns nicht mehr ausnutzen. Ist es das, was ihr wolltet? Das wollte ich nicht. Nein. Verschließ dein Herz davor. Verschließ dein Herz. Wer sind die? Leute Midgards. Odin nahm sie auf. Sie sollten nicht hier sein. Das sind keine Soldaten. Odin hat sie in den Tod geschickt. Kriege gewinnen die, die bereit sind, einfach alles zu opfern. Alles. Was machst du? Sohn. Hör mir gut zu. Du fühlst ihren Schmerz, weil das deine Natur ist. Das darfst du nicht verleugnen. Niemals. Für niemanden. Ich lag falsch, Atreus. Ich lag falsch. Öffne dein Herz. Öffne dein Herz und spüre ihr Leid. Das hat deine Mutter gewollt. Und ich will es auch. Heute. Heute. Werden wir uns bessern. Aber. Was können wir tun? Seht ihr, wie groß die ist? Ich glaube, wir gewinnen. Das heißt, wenn sie uns nicht vorher töten. Warum kämpfst du nicht? Ragnarök ist hier. Wir haben Odin endlich, genau wo wir ihn... Wir halten Odin auf. Aber wir sind nicht gekommen, um die Unschuldigen zu opfern. Wir durchbrechen die Mauer bei Rindhurs Schwachstelle. Mit welcher Armee? Atreus und ich reichen dafür. Das ist Selbstmord. Das mag sein. Doch wir sterben für Gerechtigkeit. Nicht für Rache. Kann diese Waffe die Schwachstelle öffnen? Das werden wir wohl rausfinden. Ihr drei. Bringt die Leute in Sicherheit, wo immer das sein mag. Es wird erledigt. Freya und ich tun, was wir können. Und verlangsamen Ragnarök. Er war zuvor bei Verstand. Vielleicht lässt er mit sich reden. Odin wird nicht entkommen. Und falls doch, so helfe mir. Ich weiß. Falki! Ich helfe denen, die fest sitzen. Wir treffen uns bei der Schwachstelle. Geh! Geh, Atreus! Schindri, pass auf und bleib hinter mir! Passt du auf! Ich will kämpfen! Hör mal, darf ich kurz? Nein, darfst du nicht. Sei still und kämpfe. Skowva! Ich will helfen! Ich will helfen dir! Schindri, schindri, schindri! Schindri, schindri, schindri! Ich will helfen! Zendriem! Meine Tolle bewahren! Nein! Was? Willst du meinen Dank? Nein! Ich wollte... Mir egal, was du willst. Das ändert nichts. Du hast mich wirklich glauben lassen, dass wir keine Feinde sein müssen. Thrut, dir geht's gut. Aber Mutter hatte doch recht mit dir. Du bist ein Mörder, genau wie dein Vater. Und ihr wollt uns alle töten. Nein, nur Odin. Sandrin, nicht! Wir sind Freunde. Freunde bringen einem nicht das Ende der Welt vor. Die eigene Haustür, Loki! Du hast recht. Du hast recht. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Die machst du sehr oft. Das ist keine gute Ausrede. Das ist keine Ausrede. Ich will's wieder gut machen. Ge-geht das Gildur gut? Hast du ihn gesehen? Was soll mit ihm sein? Wovon genau redest du da? Odin ist gewillt, die Bewohner Midgards zu opfern. Er hat sie zur Abschreckung an der Mauer aufgestellt, weil sie nicht kämpfen können. Ihre Tode sollen uns einfach nur verlangsamen. Warum sollte er das tun? Und warum sollte ich dir überhaupt glauben? Weil er recht hat. Weil Odin so ist. So ist er schon immer gewesen. Mutter, warum bist du hier? Was? Er opfert jeden, egal wen, um ein Problem zu lösen. Alle aus Midgard. Deinen Freund. Unsere Familie, jeden von uns. Ich hatte gehofft, dein Vater würde sich ihm widersetzen. Doch jetzt, jetzt liegt es an dir. Was willst du mir damit sagen? Frut. Ich habe nie gezweifelt, dass du die fähigste Walküre wärst, die es jemals gegeben hat. Aber nicht für ihn. Verstehst du das? Aber unsere Familie. Ohne Odin können wir eine sein. Eine echte. Was er tut, ist falsch. Er sagte, wenn wir standhaft sind, sind wir sicher. Wir wären ihm was schuldig. Aber nicht euren Tod. Ach was. Vater wird sie nicht zu Großvater lassen. Dann geh mit ihm. Er wird auf dich hören. Bist du bereit, deine Leute zu finden? Ja. Ich habe dich lieb. Ich dich auch. Na, endlich. Fügel! Schieß drauf. Jaun Jaun Sehr gut, Son. Sehr gut. Wer ist das Mädchen? Hallo, Thru Thorstdottir. Thorstdottir? Das ist meine Freundin. Thruud, du kämpfst gut. Hat mich mein Vater gelehrt. So viel ist klar. Äh, ja, danke. Schade, dass er... er nicht... Ich weiß. Vorsicht! Komm schon los, lass nicht nach. Ich dachte, Ragnarek sollte uns helfen. Die Kreatur ist nicht ganz. Sie ist unvollständig und kann ihren Zweck nicht erfüllen. Das muss wehgetan haben. Erwischt! Halt! Wo ist Sindri hin? Er hat seinen Tag getan. Der Rest liegt an uns. Pass auf! Er hat seinen Tag. Tadier! Help me! Oh, oh, oh! Schön vorsichtig. Das ist wie vor allem. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Vorsicht! Denke, seid wie freig. Ich bin noch nicht fertig. Komm schon, Loki! Lass uns nach. Ich bin der ZEIT, der Achtung! Vorsicht! Hörfing! Hörfing! Whoo! Die Aufregung! Oike! Die große Loge! Da müssen wir hin! Er wollte nicht hören. Aber das ist gerade nicht das größte Problem. Geh zu deiner Schwester. Ihr müsst Ragnarök aufhalten. Ich kämpfe hier. Aber wenn ich nur... Nimm Atreus und die Maske und blick nicht zurück. Mein Sohn vertraut dir. Also tu ich's auch. Freil dich von hier fern! Vater, warte! Ich hab genug von dir und deinem Sohn! Keine verdammten Spiele mehr! Und diesmal... ...darf ich dich auch töten. Wir müssen das nicht tun! Oder? Das ist... Ich bin... Sie sindp Shh. Das ist nicht Gast. G�latig. Amcciones.